Jo, meine Freunde, was geht ab? Wesley in Berlin. Ich bin gerade auf den Promozug eingestiegen und bin in Berlin ausgestiegen und mache meinen Job hier. Heute bei Disclike und so. DJ D-Rush ist auch am Start. Du weißt Bescheid, Berlin ist schön, besonders wenn die Sonne scheint. Wir sind einmal mit dem Taxi herumgefahren, wollen eigentlich rüberschwimmen, aber die Mauer war dazwischen. Spaß. Wir sind auch in einem Hotel, ist auch irgendwo da in der Nähe. O2 ist auch da, da gehen die Babas auftreten, so wie Aslachs und so. Ja, ansonsten, Wesley in Berlin, nicht gerade die Promophase. Alles Gute. Wir sind jetzt oben ein bisschen da, und haben mir die Füße abgemacht. Ich bin kein Politiker, wenn ich einer wäre, der würde mich, glaube ich, mal schnell unter die Erde bringen, so wie John F. Kennedy oder andere. Glaubt mir. Ja, was soll ich sagen, Alter. Wir sind heute hier bei Joystv, gerade. Wir haben heute viele Interviews hinter uns. In die ganzen Portalen. Ich frage mich nur ganz, was werden die mich fragen. Die werden mich schon was anderes fragen wie die anderen. Hundert Prozent. Halt den, pfeif jetzt was rein. Sag einfach so. Sag einfach. Ich bin Berliner, verbrecher mit Tatsalnecke. Ich bin nicht Berliner, dicker. Ich bin St. Pauli geboren. Das ist Weißel, Psycho Weißel. Frei. Ich habe überlebt, der hat überlebt. Und Dicker. Und Akku ist verrückt, dicker. Und er ist auch so ein Verrückter wie ich, dicker. Und das ist auch Zahnlücke, oder? Ja. Wie Garagentor. Dicker, also hier ist so, an der Ecke, die lassen uns in Ruhe, so, weil kleine BTM, dicker, 50 Gramm in der Tasche, die scheißen drauf, dicker. Die sind beschäftigt mit ihren Demo-Stars, so, und Kaffee, Latte, Macchiato, saufen, dicker, so, popeln, die Ruhrensöhne. Deswegen sind einfach Hurensöhne for life. Alle Bullen sind Hurensöhne bis auf den Tod, dicker. Bis auf den Tod, sage ich hier, dass alle Bullen Hurensöhne sind. Warte und Ausrüstung, Smoking Web, Pueblo Tabak, Strawberry Haze and Isolator, Coffeeshop, Mutterficken. Und die wenigsten Steuern zahlt man auf Malta, dicker. Warte und Ausrüstung. Bis zum nächsten Mal.